Oh Gott, vergesse ich ja jedes Mal, dass wir zu unserer Hauptstadt bringen. Guten Tag und willkommen zurück bei der nächsten Folge Crusader Kings. Erster Weihnachtsfeiertag. Auch wer hat gestern ein schönes Fest, viele Geschenke. Und heute als Körsche obendrauf gibt es nochmal eine weitere Folge. Was heißt nochmal? Wird auch die nächsten Tage weitere Folgen geben. Wollen wir hier eigentlich beide? Kontrollengemeinde, super. Äh, öh, da. Damit haben wir Genua, richtig? Ja gut, ich lasse es unten einfach mal laufen. Der Krieg wird gleich automatisch vorbei sein. So, Kontrolle 100. Volksmeinung ist immer noch ziemlich fies. Geht das eigentlich irgendwann weg? Welteigener war es sein, dass sechsmal immer mehr Meinungen rüberkriegen sind davon ausgenommen worden. Verschwinden die Abzüge langsam. Okay, geht trotzdem hoch. Achso, weil ich ja Krieg führe, ja. Bauen kann ich leider nichts. Hier auch nicht, hier auch nicht. Tortuga auch nicht. Kann ich eigentlich mehr nicht... Burg ausbauen? So, brauchen wir auch nicht verteilen, weil haben wir gleich unserem Grunti hinüberholfen. Sehr schön. Erledigt. Ich kann einfach nichts ausbauen. Können wir mal gucken, was ich hier noch einnehmen kann. Lombardia zum Beispiel. Mit Mailand. Und mit Monza. Ja gut, würde er halt auch einen Vasall kriegen, ne? Und zwar ein neuer. Was ist da drüber eigentlich? Oh Gott, der hat ja auch keiner. Ist das beides noch Italien? Ja. Ah, und das ist beides auch noch Lombardei. Oh Mann, ja. Das ist der Bizanz-Typ, wa? Ne, Sardinien-Typ. Wer bist du denn? Gott, Alter, was hast du denn für ein komisches Reich? Boah, die breiten sich immer mehr aus. Können die nicht mal weggehen? Geht weg. Führt da hinten Krieg. Oder hier, oder da. Aber nicht hier. Anaba. Ja, Kai, jetzt haben wir... Na gut. Ah, das ist aber nicht. Auch keine Truppen mehr, Alter. Was hast du für einen Krieg? Die Inseln hätte ich ganz gerne noch. Okay, er nimmt irgendwas in die Dresid gerade ein. Ich könnte natürlich auch jemanden unterwerfen. Also rein theoretisch könnte ich es schaffen mit meinem ganzen Haus. Wenn ich meinen ganzen Hausangehörigen mit in den Krieg rufe. So, Ratsposten. Weg. Anbija und Adra. Was ist denn das? Ach, das ist Anbija? Okay. Königreich vor allen Dingen. Ach, du Scheiße. Und Adra ist... Das. Okay. So, ich kann Verbrecher einkerkern. Boddelhammer. Ach, meine Ex-Frau. Und meine beste Freundin immer noch. Und Conti Heen kann ja einkerkern. Bande ändern ist mir egal. Ja, wir machen mal kurze Zeit ein bisschen Kriegspause. Gott, Alter, wenn der hier stirbt. Ich bin so am Arsch. Ach, eine Ehefrau wollte ich mir noch suchen. Ich glaube, ich nehme eine. Summe aller Werte. Fuck, Alter. Sogar sind beide Genies. Nehmen wir sie. Und ich würde sie gerne einmal beschlafen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht einen Sohn kriege. Das führt zwar dann wieder zum Problem, dass ich meinen Haupt... Oder dass ich einen Titel verliere. Ist das der Tod uns scheidet? Okay, Erfolg. Ich habe auch vor der gestrigen Folge, als ich das Spiel gestartet habe, auch irgendeine Errungenschaft bekommen. Ich habe aber nichts gemacht, außer das Spiel geladen. So. Äh, Liebesdinger. Zum Wärmen würde ich hier Prestige... Ja. Ja, los geht's. Äh, Liebesballade. Warte, die hat echt gute Werte. Sogar Kräuterkunderin. Liebesgedicht. Übungskampf. Machen wir den Übungskampf. Okay, weiter. Trend. Trend, was ist das? 1000. Amadei. Ach, scheiße, Alter. Scheiße, ich führe gegen die beiden nochmal Krieg. Ach, scheiße, ich führe gegen die beiden. Ach, scheiße, ich führe gegen die beiden. Wo hat denn der noch? Ländereien. Brecher. Ach, der hat zwei. Okay. Ah, okay. Cool. Na, dann haben wir ja sowieso drei Kriegsziele. Ist doch super. Mit meinen drei Armeen hier wieder. So, wer ist denn mein bester Befehlzauber? Da ist immer noch eine 21. Kacke, Alter. 18. 17. So, ab geht's. Erobern wir uns nochmal drei neue Grafschaften. Hochzeitsfeierlichkeiten. Reich erwartet, dass man zu ernten. Okay. Okay, Geld oder? Prestig brauche ich nicht. Komm, wir mal ein Geld. So. Geht irgendwie nicht vorwärts, wa? So, bin Opferschaftskrieg entschieden. I don't care. Jetzt geht's los. Ja, wir sammeln uns noch. Und dann Abmarsch. Dann nehmen wir uns hier die nächsten drei Domänen ein. Grauffälle. Äh, Grauffälle. Ihr tötet einen Wolf. Ich besteche einen Jäger. Ah, ich geh doch nicht selber in den Krieg. Bin ich eigentlich gut da drin? Nee. Alter, ich hab ne 30 jetzt in Diplomatie. Das ist natürlich krass. Ah, halt! Man, der hat sich schon wieder irgendwelche... ...Söldner geholt. Das ist nicht gut. So, beide. Auf. 21, was hat er für einen Anführer? 16. Sie ist super easy. So, dann teilen wir mal ganz kurz diese Armee. Eine 18. Und was hat er hier? Eine 16. Ja, so geht. So, die große Schlacht werden wir auch gewinnen. Unser Champion konnte erschlagen. Sehr gut. Ja, schwanger. Ja, super. Oh, fiese Schlacht, ey. Obwohl wir auch Vorteile haben bei unseren... Dingen. Ähm, ihr gewinnt das Duell. Komplott verliert romantische Rivale. Ja, machen wir das. Und wieder einen Feind besiegt. Sehr schön. Unser Champion konnte verwunden. Okay, ich muss unbedingt dem hinterherrennen. Weil der könnte mir echt noch... äh... Verdammt gefährlich werden. So, da wird irgendwas belagert. So, keine Angst. Ich hole euch schon ein. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter... Tadi hat ein Kind bekommen. Oh, ist das nicht der? Ne, das ist irgendeiner. So, was hast du für Eigenschaften? Oh, hübsch. Ein hübsches Kind. Korto. Flo. Achso, ist ein Mädchen. Ja, dann hier Pody. So, Cousin wurde hier gefangen genommen. Wo rennst du denn eigentlich hin? Ach, er kommt zu mir. Hallo. Morgen. Morgen. So, hier konnten wir jemanden verwunden. Oh, sehr schön. Huga wurde erschlagen. Die bitte. Ihr erhaltet leicht der Abend. Ränke-Spiele. 67% Hingabe. Ja, sehr schön hat geklappt. Ach, stopp. Zurück. Schnell, Beeilung. Bewegung. Was ist das für eine Armee? Cousin im Kerker. Ja, gut, okay. Ich habe halt so viele Verwandte. Ihr fahrt fort. Beendet das Komplott. Nana wird von einem wilden Tier angegriffen und wahrscheinlich verwundet. Wird eure Seelengefährtin. Wir haben sie beschlafen, was tatsächlich... Ich habe 750 Ruhm erhalten. Oder Prestige. Okay, dann Seelengefährtin. Ach so, ja. 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 Gut, Belagen gewonnen. Erster Krieg ist beendet. So, jetzt will ich mal ganz kurz hier meine Hauptarmee unterstützen. So, genau rechtzeitig vor dem Kampf. Die führen wir zusammen. Ja. Oh, meine Tochter. Das gibt es doch nicht. Jan Pü. Ja, ich muss ihm leider hinterher... Ne, muss ich nicht mehr. Der Krieg ist beendet. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen auf Entspannung. Und keine weiteren Kriege. So, ich besitze arg viele Domänen wieder. Aber Lombardei können wir ruhig abgeben. Ein paar Sachen. Lombardei ist übrigens sehr groß für ein Herzogtum. So, was gebe ich denn jetzt ab? Da ist schon ein Bürgermeister, kann das sein? Ja. Ich würde tatsächlich Mailand behalten wollen erstmal. Okay, Volksmeinung ist riesig. Gut, dann vergeben wir. An... Gut, wir haben nur noch ein paar hier. Du kriegst bitte... Komo und Breschia noch. Hier wird unser... Vassal. Gut. Fraktion zerschlagen. Gibt aktuell noch drei Fraktionen. Meine Tochter Forti. Okay. Hat das Kind irgendeine Eigenschaft? Nee. Madea, meinetwegen. Hat denn unsere Tochter... Eigenschaften? Sie ist immerhin schlau. Das freut mich. Von Affäre trennen? Achso. Nee, Quatsch. Also meine Frau ist auch meine Affäre. Das ist ja super. Hofarzt. Bekehrung können wir... Ja, sie kann erstmal hier rüberkommen. Cousin freigelassen. Na, nimmt sie an. So, König Giselbert. Wer ist denn das? Ostfranken. Na, meinetwegen. So, Schmeichler. Befreunden-Komplottstärke plus 30. Habe ich eigentlich irgendwas? Nee, dann können wir auch mal hier weitermachen. Sind wir denn nicht mittlerweile hier? Oh, immer noch drei Jahre. Ah, seht ihr da? Ratsverwalter ist euer Freund. Und plus 0,38. Super. Ja, du bist glaube ich auch mein Freund. Genau. Du bist noch nicht mein Freund. Das werden wir aber mal ändern. Erstmal wirst du bitte bekehrt. Konvertiert zu A-Kom. Da wird vielleicht irgendwas verlangen. Achso, weil da Kronti-Hähne ist. Okay. Ähm, nicht beeinflussen. Sorry. Wobei mal ganz kurz. Habe ich denn irgendwelche Versaillen, die mich nicht mögen? Oh, das ist noch ein Kronti-Hähne, der mich nicht mag. Dann werden wir den jetzt mal beeinflussen. Ist ja übersichtlich an Leuten, die uns nicht mögen. Also drei, vier Leute sind's. Ja, die Uschi von Monza, okay. Damit können wir aber leben. Und ich würde halt wirklich gerne noch Sachen ausbauen. Turin beispielsweise. Also vorrangig natürlich in meiner eigenen Domäne. So, du bist was? Du bist Kriegsfürst. Feldzüge in der Antike. Das ist doch bestimmt ein Thema, was er mag. Mein, dann kann ich auch nichts ausbauen, außer die Burg. Ah, ich hab nur... Ich hab immer noch Stammesrecht. Genau, das wollte ich machen. Feudale Lebensart. Da brauch ich immer eine scheiß Innovation, ey. Das geht auch überhaupt gar nicht voran. Weil ich halt so strunzensdämlich bin. Wie lange dauert denn das noch? Alter, 36 Jahre. Oh, Herrscher helfen. Ich bin einfach eine Diplomatie, eine 31 mittlerweile. Gibt's da noch wirklich viel bessere? Okay, ich bin der Zweit... Oder der Typ mit dem zweithöchsten Diplomatiewert auf der Welt. Ich könnte das auch zur Nummer 1 machen. Indem ich hier höfische Politik mache. Dann kriege ich plus 10 anstatt plus 4. Also nochmal 6 drauf. Vielleicht eine 37. Dann wäre ich mit Abstand der Beste. Okay. Die alte Diplomatie hat eure Meinung verloren. Okay. So, Meinung erhöhen. Wenig Kontrolle. Ist okay. Wann ändern will ich nicht. So, wo wir allerdings noch Krieg führen müssten, wären um unsere heiligen Städten. Da besitzen wir gerade mal 2. Und das würde ich gerne ändern. Jetzt ist die Frage. Also wir besitzen Bono. Ja, gut. Ist das hier halt. Und wir besitzen Yenne. Dann gibt es noch Niki. Kumasi und Iva. Wem gehört das? Songai. Du bist nicht mehr mein Verbündeter. Allerdings wird um die Grafschaft glaube ich gerade Krieg geführt, ne? Um Kumasi? Verteidigend, verteidigend. Also Kumasi würde ich dir sehr gerne wieder abnehmen. Und ganz ehrlich, ich nehme dir gleich die gesamte Grafschaft ab. Alter, Konti hier eine Wonlei hat Ansprüche auf das alles. Na, Na, La, Mi. Das Haus Humble, zwar. Er hält den umkämpften Titel. Sacko ist irgendeiner. Der umkämpfte Titel ist Königreich Songai Bedeutet also, wenn ich ihm Wenn ich jetzt die Ansprüche von Sacko oder Lami durchsetze Wird er dann unabhängig? Das steht hier nämlich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wir probieren es mal aus. Wie gesagt, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das jetzt so klappt. Dass ich dann auch der Herrscher wieder von den ganzen Bereichen bin. So, wir machen mal hier unsere Armeen fertig. Okay, Wissenschaftsaustausch. Ihr bringt Einzelheiten und bekanntes Geheimnis. Wissensaustausch. So, ich muss mal gucken, wie groß meine Armeen werden. Er hat halt eine 30. Ehepartner unterstützt euch in der Diplomatie. Konzentrierter Schüler. Fraktion gegen euch. Okay, dann rennt ihr mal dem Typen hinterher. Du beginnst da mal ein bisschen mit der Eroberung und du hier. So, das ist Stammesfeste 3. 5. Scheiße, Alter. So, ich muss erst mal die Hauptarmee finden. Die läuft ja irgendwo hier rum. Ich frag mich so ein bisschen... Oh. Okay, er führt gerade irgendwie Krieg. Ja gut, er hat ja auch gerade drei Krieger am Start. Ah, er hat ein paar Probleme gerade, die er irgendwie beheben muss. So, euch können wir mal aufsplitten. Dann nehmen wir das da unten gleich noch ein. Aufgabe beendet. Ah, leider weiß ich jetzt nicht welche. Was Kultur fördern wahrscheinlich, wa? Ja. Dann... Wir machen einfach hier weiter. So, Gemeindebekehren sind wir noch dabei. Ähm, bitte Befehlshaber, wenn dann ausbilden. So, sehr schön, da ist die Schlacht. Fraktion wurde wieder zerschlagen. Wir gewinnen den Krieg. Wurde verwundet. Ah, schade. Wenig Kontrolle. Ja, wir laufen ihm die ganze Zeit hinterher. Ich will nicht, dass diese 2000er Armee sich hier irgendwie... ...bei mir irgendwo niederlässt. So, fällen wir auch nochmal auf. Müssen unbedingt Land machen. So, gefährliche Fraktion, okay. Ditto ist krank. Nein! Das ist das, was ich nicht will. Ich muss sie unbedingt schwängern. So, unsere Dynastie ist weithin bekannt. Befehlshaber beträchtlich verbessert. Ah, sehr geil. 24. Kapas Kbi. Wo ist denn der? Ah, der ist auch nur eine 15 im Feld. So, ich verliere zwar ein paar Leute, aber ich muss irgendwie die Armee einholen. Kasson freigelassen. Ah, das wird schon ein engerer Kampf jetzt. Ah, wir verlieren die Schlacht. Scheiße. Ne, wir gewinnen die Schlacht. Oh Gott, Alter. Ah, zieh mir das hin und her gerade. Knapper Sieg. Shantai wird erwachsen. Meine Tochter. Hat aber schon einen Typen. Alles klar. Schönen, das ist der Ultra-Typ. So, gefangen genommen. Kann ich eigentlich mal... Sehr gut, Belagerung. Hat gerade schon meckern. Wertvolle Geisel, sehr gut. Sind wir schon bei 72%. Also ich glaube, wenn wir die Hauptstadt einnehmen, dann könnte es schon fast gewesen sein. So, wir führen mal ganz kurz die Armeen zusammen. Fraktionen hat sich zerschlagen. So, die führen wir zusammen. Dann haben wir wieder eine große. Und dann versuchen wir ihn nochmal abzufangen. Nein, was machst du denn? Oh, ich habe hier die falsche Armee genommen. Nicht blöd, Mann. So, Fraktion gegen euch. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Belagung gefangen. 93%. Yeah. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, er bleibt unabhängig. Aber dafür ist es jetzt mein... Mein Haus wieder, ne? Gut, okay. Dann haben wir die... Dieses Szenario auch mal gemacht. Ist denn jetzt trotzdem... Die heilige Städte in unserem Bereich? Nein. Oh, kacke. War das alles umsonst? Ach, weil er doch altkomisch ist. Alt-akomisch, nicht altkomisch. Warum gibt es da eigentlich noch Leute, die alt-akomisch sind? Er ist ja auch akomisch. Ich hoffe, er... Überzeugt sein Volk. Zum akomischen Glauben. So, Gur. Oh, Gu. Oh, Mann. Helami. Naja, gut. Dann haben wir das zumindest auch mal gehabt. Den Fall. So, ist irgendeiner... Oh, Boarfa ist gut. Zero. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber herzlich willkommen in meinen Armeen. Wie war ich denn mittlerweile? Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Respekt. Und dann haben wir hier noch einen Kronti-Henen. Was ist mit dir eigentlich? Warum bist du denn so ausgegraut? Neunzehn Jahre bist du gerade mal. Basal und Champion. Basal und Freund. Oh, sehr schön. Bin echt zufrieden. Oh, du kompetente Ärztin. 36 und Single. Herzlich willkommen. Ach, ich... Ich vergesse immer, dass ich zweimal raufklicken muss. So, sie müsste es aber sein, ne? Ja. Ah, wie lange dauert das hier noch? Immer noch zwei Jahre. Mann. So, gibt's hier... Obwohl, das sind alles Kronti-Henen. Oh, Alter, er ist ne 32. Der ist ja noch geiler. 39 Jahre gerade mal alt. Schalauso-Sunos. 22, ne 25. Mit 22 Jahren schon. Okay, den müssen wir leider heiraten. Lopu ist tot. Fraktion gegen euch. Who is Lopu? Mutter von Fabas Tenin. Alles klar. Keine Ahnung, wer das ist. So, Bizi. Herzlich willkommen. Nachbarschaftskrieg entschieden. Wir kommen auf 11.500 Truppen. Wir haben jemanden mit dem Anspruch. Cousin freigelassen. Muss man ja ein bisschen langsamer machen. Was sieht man übrigens gerade so viel? So, du hast einen Ehepartner. Der ist nicht gut. So, du hast auch einen Ehepartner. Der ist auch gar nicht gut. So, wir überzeugen erstmal nochmal Leute, den Glauben zu wechseln. Neuer Tempel aufgebaut. Oh, was ist das? Häuptlings. Achso, Sakralbauten. Okay, ich hab gedacht, da wurde wirklich irgendwo ein Tempel gebaut. Manchmal weiß ich echt nicht, wo diese ganzen Leute auch herkommen. Also hier tauchen immer mal wieder Leute auf. Wo ich mich wirklich frage, wer die an meinen Hof eingeladen hat. So, du bist... Uh, ne 20, okay. Ne 10, ja. Du siehst sehr europäisch aus. Robertine. Nen Liptago. So, Ansprüche abschwören. Amita Aowin. Hat einen Hofschamanen zum Freund. Okay, der kann auch gar nichts. Und Fatima Mossi. Drei Jahre alt. Keine Ahnung, warum der in meinem Knast sitzt. Ich werd' ihm erstmal mit drei Jahren befehlen, den Glauben zu wechseln. Ich glaub, er wird's verstehen. So. Ein Titel erbt. Song Guy. Achso, weil der noch keine Kinder hat. Ja, alles klar. Alles gut. Knast ist leer. Jawohl. Hof ist voll. Warum ist sie eigentlich noch in meinem Hof? Kann ich sie vom Hof verjagen? Mr. Freund. Ehebrecherin isse. Könnt sie mal noch einkerkern. Die gesamte Familie von Bodelhammer. Das sind ja auch meine eigenen Kinder. Ja gut, und ihre Schwester halt. Aber die juckt keinen. Verliehen dann alle meine Kinder 30 Meinung? Also ich mein, was glaub ich relativ Wurst ist, weil... Na, obwohl. Wurde von enger Verwandtschaft geschieden. Welp ist denn eigentlich 64? Gut, dann verwalten wir unser Reich erstmal ein bisschen wieder. Machen wir erstmal keinen weiteren Krieg. Können wir mal kurz ein paar Sachen durchgehen, die wir auch haben. So. Okay, hier mangelt's noch ein bisschen. Also, Kriegerorden haben wir schon. Heute alle Lebensart. Dafür brauchen wir immer noch alle Innovationen. Blutlinie Wein. Ihr kontrolliert ein oder mehrere akumische Heiligstätten. Ja, zwei. Warum ist da kein Häkchen dran? Und eure Hingabestufe Glaubensikone ist höher. Okay. Was bringt mir das? Eifer steigt. Leitstern. Und Bekanntheit. Aha. Blutlinie stärken. Das geht nicht, weil dafür brauche ich positive Eigenschaften. Eine Universität. Aber da muss ich in Tiraka immer noch die 40 erreichen. Ihr haltet den Spitznamen der Gelehrte. Ihr haltet Sondergebäude Universität. Tiraka hat eine Entwicklung von 3. Äh, von 7. Wenn ich ihm jetzt sage, mehr Entwicklung in Gemeinde Tiraka. Das ist nach der Zuwachs. 1,5. Ich glaube, ich mache das mal, damit ich die Universität irgendwann bauen kann. Und ein neues Großreich. Dafür fehlen mir immer noch 41, 51 Reiche. Ihr erhaltet drei oder mehr Königreiche? Eure Reichsgröße? Was? Ach, mindestens eine der folgenden. Reichsgröße ist... Ja, halt. Drei oder mehr. Das ist 80 und mehr. Eine der folgenden. Alle folgenden. Ach so, wow. Okay, das ist kompliziert geschrieben, aber ich habe es verstanden. Also ich muss drei Königreiche halten. Und mehr als 80 Reichsgröße besitzen. Dann kann ich ein neues Großreich gründen. Ihr erschafft ein neues Großreich. Alle Königreichtitel, die ihr erhaltet oder vollständig kontrolliert, werden der Jura. Wie viele Königreiche besitze ich? Ich glaube, zwei, ne? Also Arkan, logisch. Und das, was ich noch gründen könnte, das war... Anbijah. Ist egal. Ich gründe es einfach. So. Dann besitzen wir schon mal zwei. Ich versuche mal, das Großreich zu gründen. Ich brauche noch elf Reichsgröße, also elf Domänen und ein weiteres Königreich. Das Allereinfachste ist, ich unterwerfe irgendjemanden, der mindestens elf Domänen hat. Was ist denn Mema? Eigentlich. Songhai wäre natürlich super gewesen, dann hätten wir es, glaube ich, schon fast geschafft. Ich bobe nur. Tja, Kryo war ja auch mal meins. Wie viele sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow, es sind genau elf, glaube ich. Kann ich mir... Kacke, Alter. Kann ich mir ganz kurz hier Tagrühr einzeichnen? Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und Tagrühr ist, ja, Königreich. Der hat nischt. Fuck, siehmal noch... Ach, um Königreich. Ne, wenn, dann will ich alles. Erobert Jame de Jure. Oh, ich nehme gar nichts ein. Einfallen. Ich müsste ihn unterwerfen. Oder sie, besser gesagt. Für 750. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir unterwerfen sie. Dann haben wir unseren Unterwerfungskrieg mit unserem Herrscher beendet. Und dann müsste ich theoretisch ein neues Großreich gründen können. Jo, machen wir. In der nächsten Folge. Erobern wir Tagrühr zurück. Hat uns ja mal irgendwann gehört. Und dann werden wir ein neues Großreich gründen. Und dann habe ich ganz, ganz wenige Probleme nur noch. Was die Eroberung betrifft. Super. Dann sage ich herzlichen Dank. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag noch. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. еб Untertitelung des ZDF, 2020